Mir fehlt jetzt erst der dritte Bereich hier auf. Egal. Den Bereich habe ich sofort gesehen, ich bin hier irgendwie nicht. Gut, fliege. Fliege doof. Habe ich vergessen, dass ich das aus der Kamera machen muss. Damit der Apparat offen ist. Dann kommst du schon, denke ich, auf die Position hier. Und ich entdecke jetzt den dritten Bereich, der wahrscheinlich noch viel 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 komplizierter ist als alles andere, was hier da gewesen ist. Weil ich ihn noch nicht kenne. Ach, da unten ist ein... Was haben wir hier? Ja, schön. Dein Alpha, bitte Kisse einlegen, danke. Hier haben wir einen Durchgang, wo ich nicht durchkomme. Super. Und hier haben wir eine wunderschöne aussieht aus mir, wo ich nicht hinkomme. Weil schon wieder so ein Kraftwerk da ist. Okay, da oben... Ja, alles klar. Oh, komm mal hier. Eine Druckplatte. Ich kann von hier keinen Stein mitnehmen, ne? Auch nicht oben drüber. Muss ja sein können. Hier komm ich auch nicht lang. Was ist hier denn eigentlich? Nix. So, Preisfrage. Was passiert, wenn ich hier den Knopf drücke? Ich komm da rein. Will ich das? Irgendwie schon. Dann komm ich da auch wieder raus. Wahrscheinlich, wenn ich das Ding da drücke. Na dann. Ja. Das ist doch schon mal schön. Gut. Ähm. Das war die Bildstörung. Da fällt nur rein und raus. Ich geh davon aus, dass dahinter nix ist. Also ist das sinnfrei. Aber ich krieg ihn mindestens da oben hin. Dann mach ich das doch mal. Äh. Ausfahren bitte. Äh. Rot und blau. Dann kann ich hier oben rauf gehen und den mitnehmen. Was mir herzlich wenig bringt. Was mir herzlich wenig bringt. Außer dass ich ihn jetzt hier habe. So. Wollen wir mal gucken, was passiert, wenn ich den einklappe. das fliegt. Gibts gut hin. Ich hörts mal hin. Immer losó. Ja, lol. Obendrauf kann ich auch nichts machen. Warum bin ich eigentlich manchmal der Tat? Ich habe es doch geschafft, mich anzubauen. Jetzt geht mir gerade die Grammatik kaputt. Suchen kann ich mich nicht, ne? Okay, Alpha. Alpha, Alpha, Alpha. Da muss ich den Knopf drücken. Ich habe keine Ahnung, wie ich... Ich würde hier mal was interessieren. Ähm, blau. Will ich den jetzt rot machen? Stimmt, der kann ja hier durchfallen. Es ist rot da drunter. Ausfahren, bitte. Ich habe keine Ahnung, wie ich den da rauskriegen soll. Vielleicht fresse ich mich da auch zu sehr fest, aber... Andererseits ist hier nur... Hier komme ich nicht vorbei. Da komme ich nicht hoch. Hier kommt er nicht durch. Ich habe immer noch keine Ahnung, wo ich Alpha herkriegen soll. Und... Und... Achso, er macht die Tür auf. Achso, er macht die Tür auf. Und... Wie... Muss ich etwa wirklich eine von hier raus...? Ich muss eine von hier holen. Ich gerade beide so schön hier positioniert habe, wieder kriege ich raus, die hier nicht mehr. Okay, ähm, muss ich den aber trotzdem hier rauskriegen. War besser als das da. Mir ist gerade aufgegangen, wie ich hier in die Kiste reinkriege. Habe ich die so schön schon positioniert, um das dann fertig zu kriegen und dann klappt das noch nicht mehr. Rot. Da drüben. Verwendest habe ich hier die Reihenfolge gemacht. Blau, genau. Das klappt die Idee noch nicht mal. Hier so ein schönes Fenster zwischen. Achso, äh, kann ich das so machen? Ist das überhaupt egal? Du wirst rot, du wirst schwebend und auch rot. Ja, 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 ja. Dann, äh, einfach nur drüber limitieren. Ja, probieren wir es mal so aus. Du schwebst, es ist rot und du bist da und dann seid ihr auf einmal beide blau. Und, 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 es klappt nicht. Okay, ich muss... Einen Trick anwenden. Wir haben ja Travel Time. Oh, ein Fachbegriff, ja, ich kenne ein paar Fachbegriffe. Äh, die eigentlich keine Fachbegriffe sind, aber egal. Ähm. Oh ja. Nicht mal so geht der Scheiß-Trick, den ich versucht habe, aber egal. Hier kriege ich ihn raus, und, ähm... Müsste halt erst mal versuchen, vielleicht klappt das ja. Hm, schwebe und schwebe. Sprich. Okay, ich kann ihn nicht hochzeigen. Äh. Aber warte mal. Ja. Jetzt sag mich, das geht auch nicht. Ich bin so dumm. Einfahren, ausschalten. Oh, klappt das nicht. Oh Gott, ist das ein schönes Gefühl, wenn nichts was versucht klappt. Ich muss hier die Kiste endlich einlegen. Was die da irgendwie rauskriegen. Gibt das vielleicht, wenn ich... Wenn wir hier auch drauf springen. Richte einfach nicht in den Einzugsbereich. Ich will doch nur hier eine Kiste hinstellen, damit ich den rüberkriege. Okay, geht's das? Geht das mit Travel Time hier? Ja, der fliegt zumindest dagegen. Echt, ich kann die nicht mehr loslassen. Obendrauf kann ich, okay. Okay. Ich nehm die Seite. Und... Feuer. Ich hab's geschafft. Das war ein harter Kampf. Aber, weil ich's jetzt ja kann, nehm ich die anderen auch mit rüber. Egal, was ich jetzt damit anstellen kann. So. Ich kann jetzt hier... Die zweite Kiste drauf stellen. Jetzt kann ich die nach drüben schießen, das bringt aber nix. Weil er in der Gegend knallt. So, dann kann ich hier nochmal nach oben und den rüberkriegen schießen. Gucken wir mal an, was hier so geht. Oh, ich kann ja da rüberfliegen. Äh, Schuss. Recht. Und dann spring ich hier rein und drück den Knopf. Ach guck, jetzt geht die Tür auf. Äh, komm mal her. Äh, blau fliegt hoch, dann rot. Hier ist so was jetzt. Rundflup, rundflup. Guck ich kurz, wo er da hinfliegt. Rundflup. 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 Wurzflup. Rundflup. Rundflup, rundflup. 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 Das ist jetzt nicht ganz die Flugrichtung, die ich erwartet hatte. Aber nicht nur nicht ganz. ich würde gerne noch mal was anderes probieren dann rüberschießen ok ich kann auch rüberschreien gucken wir mal was da unten ist und dann gucke ich noch mal was die drüben ist ok gut und den aus und raus dann nehme ich wieder den Aleph er kann jetzt auch nämlich komm mal runter er kann jetzt nämlich auch so da rufen ohne dass ich trickse und dann wird er mit rot rüber geschossen und hängt da jetzt rum kann er mich mitnehmen er kann mich mitnehmen er kann mich mitnehmen er kann mich mitnehmen und schoss das ist gut ich stelle ich nämlich da drauf und frage mich was ich mit dem da mache ah guck mal ähm das war jetzt nicht so clever wie es sollte jetzt gucke ich nämlich hier rein und hab noch einen Würfel und runter soo komm mal mit jetzt wollen wir nämlich mal hier muss ich das überhaupt den kann ich jetzt theoretisch schon mal wieder hier hinstellen den kann ich theoretisch auch wieder rausnehmen theoretisch ich weiß nicht gerade ob ich den Raum hier jetzt noch mal brauche die beiden scheitern wir nicht haben wir jeden geschaffen mit dem aber ja so mal ran ja da Epsilon habe ich noch wo ist Epsilon eigentlich hin das Alfa den habe ich dann irgendwo hingeschossen oder was ach der hinter immer noch drin stimmt ich wollte doch hier einen Trick machen wo ich nicht mehr hinkomme ok gut ähm hat sich nicht irgendwie die Tür hier offen ne ich konnte da rein und hatte den hier offen aber da kriege ich jetzt den nicht hin ich müsste hier so machen und äh die 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 da und dann da hier wahrscheinlich blau wollte ich den machen hmm